Hallo, willkommen auf dem Kanal Adventskalender 23, heute präsentiert von 38 Viertel Hüx. Heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist der 12.12.012 und wenn wir die 12 mal 3 nehmen, haben wir 36 und da fehlt gar nicht mehr viel um auf die 23 zu kommen, denn die 23 an sich. Was machst du hier? Ja, das ist mein guter Freund Erdbeerwolf und ich mache hier die Präsentation des Advents-Türschens 12. Carlos, ich muss dir was sagen. Du hast mir einen Heizkörper. Es geht nicht um den scheiß Heizkörper, jetzt mach die scheiß Kamera aus. Es ist wichtig, es geht um Weihnachten. Es ist wirklich wichtig. Was ist denn wichtig? Was ist denn so wichtig? Vor zwölf Monaten. Vor zwölf Monaten, ja. Da war Weihnachten. Ja. Und? Das heißt, der Liebe, wissen wir alle, besinnen dich zu zweit. Ich mach dich doch so fest. Ich lieb dich doch. Jetzt muss ich jetzt schon auf ihn. Was ist das? Das ist fantastisch. Das ist, das ist gar nicht. Das ist fantastisch. Du freust dich. Das ist ja grandios. Du freust dich nicht? Ja. Zuwachs. Ich wollte sowieso. Zuwachs. Ich hab gedacht, du weißt das total aus. Ich hab dich überlebt, ey. Ich dich auch. Ja. Das ist doch so. Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Der Selbstliebe, um es nicht zu vergessen. Also, seid ihr euch selbst am nächsten. Ja, das war sehr lustig. Und schaut auch rein auf 3HT Deluxe, wenn ihr noch sowas sehen wollt. Oder schaut einfach bei dem Erdbewurf-Kanal rein. Sind die Lichter angezündet, Freunde, wird der Reini aufzusehen. Tschaui!